Gernal, kommst du da raus? Ja! Ach Gott, wie süß. Das ist doch die Barb. Willkommen, meine Damen und Herren, zu Anarkosis. Ich hab dieses Spiel vom Entwickler bekommen und mir wurde gesagt, dass es so wie Left 4 Dead ist, nur im 60er-Jahre-Style, im Weltraum und mit Aliens anstelle von Zombies. Das klingt ja alles schon mal ziemlich nice. Ab dem 13.01. ist das Spiel erhältlich und ich werd jetzt mal reindaddeln. Und zwar mit den Boys. So, was wollt ihr machen? Episode 1 wahrscheinlich. Macht am meisten Sinn. Lebenszeichen. Uh! Hey, hey, hey! Achso, übrigens. Also scheinbar macht man auf Shift ein Schild und man rennt nicht damit. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist so ein Wegschubsen, ne? Ja, ich glaube schon, dass es ein Wegschubsen ist. Ich hab nur so drei, vier Minuten bin ich kurz rein. Jungs, Team Attack ist auch möglich. In die Luft aufgerettel. Ich hab einen halben HP verloren. Ich hab so einen Pixel nicht mehr grün. Ich himm natürlich SMB. Wow, okay, das ist sowas für eine SMG wahrscheinlich. In dem Plaster. In dem Plaster, das Ding darf. Guck mal, wie die Scheiben zerbrechen. Wow, wow. Ey, voll gut. Ja, das ist ja nicht. Das ist schön. Das ist schön. Vor allem, wir gucken die ganze Zeit in die falsche Richtung. Wow. Okay, gut. Ich mache auf und ihr erschießt alle. Warte mal, hier. Gesundheitsscanner, Leute. Nehmt mal einen Gesundheitsscanner mit. Leute, pass auf, verbraucht ihr. Jetzt hast du meinen halben HP-Gehalt. Ja. Oh, ich hab die Tür aufgemacht. Hallo. Guck mal, die Viecher seien ja schon sehr interessant. Okay. Sanse, Vorsicht, bitte. Ich hab doch die Distanz gar nichts. Ich glaub, der Gara schießt nicht so weit. Ich hab jetzt ein paar Headshots gemacht, aber ich muss so ein bisschen dranbleiben. Was macht denn die Pistelsaufentfernung? Sanse, machst du hier gerade was? Ja, da kann man. Leute, wir können uns hier was holen. Oh, mein Gott, stopp, bro, ich bin stuck. Oh, spring, 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 doch, doch. Man kann auf jeden Fall mit Mausrad, kann man pingen, ist auch noise. Oh, hier ist was. Schniesel, ist da was? Der Schmutz. Guck mal. Schniesel. Alter. Okay. Kommen wir jetzt hier auch mal Feinde, oder? Oh Gott, ist das eine Welle? Grendel, ist hinter dir was? Nee, noch nicht. Ah, rechts neben uns. Oh, Grendel, Achtung. Oh, die schmeißen Zeug, die schmeißen Zeug. Die Platte geht raus. Oh, die brennen ab, die brennen ab. Achtung. Nice. Die facken richtig schön ab, die Jungs. Der Plaster ist, glaube ich, einfach eine Shotgun. Ach so. Da ist irgendwas Großes. Leute, da ist was Großes, ein Spawner. Guck mal, da vorne. Wo ist denn der hinterlurch? Was ist denn für einer? Ich bin übrigens echt zufrieden mit der Brandgranate, der gesehen, wie viele da gebrannt haben. Das war echt krass. Die hat sich auch so ein bisschen verbreitet noch. Das war lecky. Hier kann man den Waffen aufladen. Oh, nice, nice. Oh mein Gott, ich fang den an, die Jungs. Das sieht richtig nice aus. Äh, 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 hallo. Flabber. Oh, ey, da kommt ja mal ein Schild rein. Uhuhu. Großes Down, großes Down. Nice, nice, nice. Da ist irgendwas groß. Oh, nee, ist noch so einer. Oh, sorry. Autsch, autsch. Oh mein Gott, dude. Was ist das? Ah, das ist Lasergewehr. Ja, das ist aber echt eine dritte Waffe auch. Ich habe jetzt drei Stück. Ah, aus dem Matsch, hier beschützt worden. Oh, geil, wo bist du denn? Ja, hab ich aufgehoben. Ist auch so eine 3. Oh mein Gott, ein Flasher. Alter, wie geil das aussieht. Alter, das ist ja ultra krass. Warte, Gretel, wo bist du? Wie kommt man da rein? Ah, da oben. Gretel, ich komme durchs Glas. Die sind irgendwie alle tot schon. Da kommt, warte mal, lass mal noch kurz testen. Da oben ist einer, ja. Oh, ins Gesicht. Alter, was ist das? Pflanzen. Bakugan. Jetzt steht es, dein Geschützballer, dein Geschützballer. Braucht der Spawner die Runden, oder die Spawner? Ich glaube, die normalen, kleinen. Was sind denn die kleinen? Also die Standard halt, die da rumlaufen. So, ich habe... Das sind ja gar keine Zombies. Spawner. Oh, look at this Spawner. Ich glaube, der ist... Entspannter. Ja, der ist sehr entspannt. Der Spawner. Gretel, guck mal, ich habe hier einen explosiven Kanister. Hast du Bock? Achtung. Pow. Wow. Okay, der... Das war nicht schlecht. Da kommt was, da kommt was. Guper. Guper. Da ist ein Guper. Was ist das? Bei mir unten. Guper. Guper. Da ist er, da ist er. Ich habe ihn markiert. Oh. Oh, der spuckt mich ein. Der hat mich eingeschissen. Go, go, go. Helfe mal, helfe mal, bitte. Hier, Jungs, 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 bitte. Ich werde gemimmelt von denen. Schnell, schnell. Ich bin den Scheiß aufgeworfen. Ich glaube, ihr müsst mich ja rausschlagen. Ja, danke, rausschieß. Er schießt auf den Schleim, steht doch da. Ja. Es gab vorhin einen Skill, den hätte man nehmen können, um im Schleim geheilt zu werden, glaube ich. Er ist tot. Ah, hier ist, glaube ich, ein Safe Room, oder? Komm mal her. Ja. Ich hoffe, dass Sansa... Oh, mein Gott. Sansa, hinter dir! Harte, ich schmeiße eine Schleim... Oh, mein Gott. Brut. There's a Brut. Ich habe meine Shift gemacht und es hat mir nichts gebracht. Das ist nicht so tötete Brut aus. Ah, sie ist allein. Achso, warte. Man kann sich da generell heilen? Oh, mein Gott. Ich habe mein Ding jetzt verbraucht. Ja, ich auch. Ey, scheiße. Cool. Aber ich bin nicht ganz voll jetzt. Passiert, wenn man da drunter stehen kann? Sansa, lieber... Lieber nicht. Geht nicht. Unsichtbarer Wand. Sansa, das ist auch gut so. Sind das neue Waffen? Ah, nee. Easy. Absolut easy. Das ist einfach Star Trek. Ah, ah, let's go. Äh, Leute, da ist... Oh, shit, zwei. Okay, der Kleine war easy, der Grabscher. Oh, das ist so von der Schwierigkeit. Yeah, yeah, easy. Ja, fühlt sich so an. Besonders süß. Boi. Oh, nee, das ist eine Main-Rust. Äh, hier passiert was. Äh, Jungs? Oh, ja, ein Flasher. Oh, haha. Kettle, kommst du da raus? Ja. 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 Der hat geballert. Wer ist hier noch? Der lebt noch, der lebt noch. Gib ihm. Ich habe ihn, ich habe ihn. Blitzer. Oh, ja, sehr schön. Oh, oh, Dwayne. Oh, oh, Dwayne. Boah, das ist auch wie Star Wars, ey. Das ist von Star Wars. Das ist weg. Explosiver Kalister. Oh, Kettle, Achtung, ich schieß bei ihm. Der ist echt, der ist crikey. Kettle, schmeiß, komm mal, du. Achtung, boom. Oh, ho, ho. Jawohl. Äh, Sni-Zel wurde voll geschessen. Also hier sind nur zwei Einzelne, warte mal. Aber da kommt bestimmt gleich was, Sni-Zel. Oh, mein Gott. Okay, Sni-Zel. Boah, ich habe es gesehen. Uhuhu. Alter, geil. Man hat es im Hintergrund gesehen, wie sie alle reingezwibelt wurden. Oh, da kommt ja noch mehr. Kettle, ich habe da was für dich. Mama, looky, looky, Allah. Rechtsklick ist es, ne? Ja, ich halte Kettle. Kettle, stay still, let me fork you up. Ja, da geht Jan vor. Jan, geh mal vor. Soll ich mal kurz vorgehen? What are we doing with this patch? Juh, mach mal. Im Moment habe ich noch eher weniger Probleme. Was ist das? Also ist das ein Dette. Oh, 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 oh. Was ist das? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist das? Ich, ich weiß, Molly. Ich weiß es nicht. Ich würde noch Seegel sein. Alter. Äh, thank you. Stay still. Stay still, please. Warum wird man geheilt, wenn man gescannt wird? Kettle, das ist doch das kleine 1x1 des Space-Raum-Hafens. No, so. Ja, das habe ich geschwänzt, sage ich. Das gibt es bestimmt auch heute oder sowas. Ah, was ist denn hier Schönes? Oh, Leute. Oh, da ist ein neues Extra. Ja. Das finde ich geil, Alter. Das finde ich auch cool. Granaten. Granaten-Erweiterung. Geil. Adrenalin-Booster, den nehme ich. Primärwaffe. Das habe ich am Anfang auch genommen. Wenn ich einen Headshot mache, explodieren die jetzt. Kettle. Voll geil. Ich nehme mehr Granaten mit. Also, Jungs, ich habe eine Wirbelgranate. Wenn die gleich reinkommen, schmeiße ich die direkt drauf. Wir gucken mal, wie cool das ist. Soll ich machen? Ich mache es. Sie, dann machst du es schon? Ja. Machen wir kurz hinter, bitte. Oder hinter uns. Das kommt. Achtung. Wirbelgranate. Oh, einer. Einer. Äh, hallo? Wenn ihr noch Granaten habt, einfach rauf. Die Mucke. Danceflower-Mucke. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das sind zu viele. Die werden weggeschleudert am Schild hier. Von wem ist dieses Schild, was ewig bleibt? Brandgranaten. Brandies gehen wieder ab. Jetzt kannst du die ganze Fläche brennen. Dann gehen wir mal zum Elevator. Und diese Einschlaggranate will ich noch kurz testen. Was kann die? Warte mal, ich schmeiß sie mal eben da hin. Nice. Okay. Ich schmeiß noch eine Einschlagskranate da hin. Bip. Äh, Teamkamera. Teamkamera. Ja, ich bin da auch. Mal gucken. Ich bin hingefallen. Müssen wir jetzt auf H drücken, oder was? Ah, hier. Und müssen wir das jetzt... Oh mein Gott, da kommen aber gerade viele, ne? Hast du noch einen Schütz-Gradl? Oh shit. Ich hebe dich gleich auf. Ich hebe Gradl auf, Jungs. Alles gut? Hey, bin ich down? Ja, du, ich bin stark. Das ist echt, ey. Im allemal ist es. Sieht aus, wenn man approacht, oder so. Ich habe mich hingesetzt, Jungs. Alles gut. Ich sehe noch einen Feind? Nee. Ich so, ne? Ja, das klingt so, als wenn gleich... Oh! Ja, da kommt was, da kommt was, da kommt was, da kommt... Alles ist geil. Die haben wegen meiner Füße. Oh, oh. Der ist runtergefallen. Okay, das Bogengewehr ist krass. Zum Glück weiß Gradl seine Figur alles. Das ist gut. Das ist Niesel, oder? Niesel kennt sich halt einfach aus. Ich nehme einen großen Frappo Vanilli Kapo. Ah, scheiße. Ah, schon wieder. Voll geil. Ich mag das voll mit den Perks. Das finde ich auch davon so gut. Wenn man so viele Granaten findet und so, dass die nicht so rasend gehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Halt so ein Shooter halt. Also, ein Spam-Shooter. Das ist schon ziemlich krass, Niesel. Das ist schon ziemlich amazing. Ich habe nochmal eine Wirbelgranate. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, scheiße. Ich komme wieder hoch. Ja, den nehme ich mit. Das Geschütztürmchen nehme ich mit. Der liegt jetzt auf... Ach, auf der 3. Auf der 3. Ich habe das nicht gesehen. Holt euch ruhig. Das ist mein Bogengewehr. Nehmt das ruhig. Das ist geil. Du hast einen Flasher. Oh, ja. Das ist geil, Mann. Alter, das war heftig. Oh, oh, Shit. Ey, ich sehe nichts mehr. Oh, Gott. Boah, das Laser-Ding ist auch echt geil, Mann. Alter, wir sind Ghostbusters. Dede, dede, dede. Nicht die Strahlenkreuze. Dede, dede, dede. Schnellkreuze, Strahlenjungs. Oh, 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 oh. Okay. Oh, Harbel. Alter, ich bin komplett runtergefallen. Bin wieder da. No, ich... Hinter dir, Krede. Echt? Ich fall wieder runter. Oh, nein. Baumkrede. Krede. Okay, 3, 2, 1. Hit it. Get ready. Ich weiß, den hab ich ihm extra wachsen lassen für die Aufnahme. Oh, nice. Jungs, Geschütz und Kotgranate. Incoming. Ich hab mal 3 Mal in die Wand gemacht, falls ihr an der Wand langkommt. Krede, das ist super. Das ist sehr gut. Blut auch, alle. Und da ist noch ein Leuchterich. Scheiße. Shit. Oh, nee, ich fall schon wieder. Kredel, nein. Ich hab wieder runtergefallen. Kredel, könnt ihr Kredel holen? Ah, Kredel, du bist ganz verschwunden. Sieh, der schönste Titel. Äh, was? Jungs, wo ist denn dieser scheiß Flasher? Also, ich bin noch down. Also, ich kann wieder... Ich bin auch... Ich bin... Ich leb noch. Oh, mein Gott, ich leb noch. Alles gut. Ich heb Kredel auf. Kredel, ich hol dich, ich hol dich. Warte, warte. Du hast gerade irgendein dicker runtergefallen. Bitte, bitte nicht zu mir. Oh Gott, Kredel, die kommen. Hallo. Machst du die... Machst du die Kleinen weg? Ach, schlau. Ach, schlau. Hinter uns der Flasher, Kredel. Der ist tot, glaub ich. Ach, nee. Ach, ha, 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 ha. Kredel, ich steppe schon wieder irgendwo runter. Ach, du, Kredel. Oh, du hast fast wieder runtergefallen. Ich bin in den Fahrstuhl reingegangen. Scheiße. Ja, dann gehen wir auch in den Fahrstuhl rein. Let's go. Ich geh auch... Oh, ich bin drin. Ich geh hoch durchs Niesel. Hallo, Snaz. Ich mag bisher die S&P-Fallings. Heilt euch, oder? Ach so, ja, heilen. Aha, mach ich gleich. Aber ich kann mich hier nicht heilen an dem Ding. Ich glaub, es kann das nur einmal oder zweimal. Ja, schade. Dann habt ihr mich jetzt umgebracht. Danke, Jungs. Nein. Oh, ich hab mich wieder eingesperrt. Wo kann ich den Namen? Nein, ich bin wieder runtergefallen. Ich bin zurück- und runtergesprungen. Ich hol die, warte. Ja, die gehen ganz langsam. Guck mal, Zeitlupe. Wie geil. Guck mal, guck mal, wie langsam. Warte, ich nimm das Bogengewehr. Die buginiere ich euch weg, Jungs. Wow, das geht gut bei denen. Ja. Ich wirfel die weg, Alter. Oh. Es ist so nice. Oh, Warte, Stas ist vorbei. Jungs, meine Güte. Jan spielt mit denen, nein. Ja, ich hab grad so in Zeitlupe zugeschaut. Auf einmal rennt die voll los. Wieso, Nox? Leute, ich geh rein. Brrrr, brrrr, brrrr. Ah, es bockt. Ähm. Gretel. Und jetzt noch? Da war einer hinter dir. Da war einer in deinem Model. Ja, das ist nice. Oh, Leute, da unten geht's ja rechtlich ab. Ich schwöre. Das ist halt auch so. Oh, ich hab grad so einen Lauf gehabt. Das zeigt auch, wie lang das... Äh, Jungs, da ist ein Blut direkt neben uns. Äh, brr. Ist weg. Da ist er noch mehr. Ich seh deine Strahlen. Ich seh sie. Ja, natürlich. Wir haben ja vorhin die Strahlen auch überkreuzt. Alter, ich werd schon wieder gegrappt. Bin draußen. Gretel, du musst loslassen, Gretel. Da ist ein Leuchte-Peter. Oh, ist doch ein Gretel? Ich kann nicht sehen. Kack, Granate kommt. Oh, ja. Ich weiß nicht genau. Die wirkt wie eine ganz normale Granate, ne? Diese, diese... Diese Granate halt. Ja. Ja, so eine Splittergranate. Ja, okay. Wir nehmen den Stieselweg. Okay, wir nehmen den Stieselweg. Oh mein Gott, der ist vor mir. Oh, äh, there is a Brute. Ey, Jungs, Jungs. Alles gut, alles gut. Perfekt, gut. Brute, einer down, einer down. Ich geh weiter, ja? Ich lieg noch am Boden, Jan. Ja, Stiesel, ich komm jetzt zu dir. Wenn der Blut weg ist, komm ich zu dir. Ich lieg noch weiter hinten. Gretel liegt ja auch. Der Blut muss aber noch weg. Ich sterb sonst. Ich seh keinen Gegner mehr. Er ist weg, er ist weg. Ich... Ich hatte ein Griff, ein Greifer jetzt. Scheiße. Sonsten blieb. Ja, Sonsten, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Versuch's. Geh zu, geh zu. Bist du dort? Sonsten hast du es geschafft. Echt? Ich glaub, du musst jetzt noch sterben, Jan. Ich gehst so ein bisschen in den Kopf. Achso, ja, Stiesel, äh, weder, gönn dir. I'm dead like a piece of bread. Hast du, du hast mich wiederbelebt, Sansa, kann das sein? Ja. Kann das sein, dass du uns wiederbelebt musst? Ja, ich bin da, ich bin da. Ja, wir wiederbeleben euch. Ah, okay. Ja, nee, okay. Alles gut, alles gut. Weißt du, was ich jetzt mache? Pass mal auf, Achtung, Achtung. Jetzt kommt der Trick. Jetzt kommt der Trick, Jungs. Und? Ey, das war nice. Nee, was nicht, die leben noch, die leben noch. Ich dachte, die, Jungs, hier ist so ein Corki. Danke. Ah, jetzt kann ich hier auch, äh, Dings. Hier sind Knöpfe, aber die erst leicht drücken. Boah, durchdringendes Plasma, das nehme ich. Cool, 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 cool. Oh, ich kann Schleim ignorieren. Drei, zwei, eins. Aktiviert ihr schon? Jungs, weiß ich jetzt wirklich nicht gerade. Das ist das letzte Level, glaube ich. Ja, guckt euch mal das fette Ding hinter uns an, Alter. Was für ein schicktes Teil. Oh, bei mir, warum kommt die bei mir? What the fuck? Woo. Ich habe zwei Stasefelder hierhin gemacht. Ich stelle das mal hier oben auf. Oh, wo bin ich denn wieder? Oh, ich bin wieder runter. Gerade bist du tot? Das ist echt gut. Jungs, wissen wir eigentlich, worauf wir achten müssen? Also, ab wann wir wegrennen können oder so? Ja, ich glaube, da ist ein Timer markiert. Ich habe gleich keine Mundi mehr. Ich muss gleich Mundi holen. Ah, ich habe die Schrotflinte. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Die habe ich jetzt auch das erste Mal gehabt, die Pumperrally. Und vergesst Shift nicht. Oh, Mist. Lass dir runtergehen, Stiesel. Man kann hier runtergehen. Ich habe Sanse gerufen. Alter, ich bin down. Hinter dir. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh, Jan, Achtung. Alles gut, Stiesel. Die haben wir, die haben wir. Nice. Du hast einige killt in der Luft. Jetzt verkündigt. Ah, auch gut, auch gut. Hier oben siehst du den Fortschritt. Man sieht ihn hier. Ich habe es markiert. Da sieht man den Fortschritt. Wir sind fast fertig. Oh, nein. Ich bin grün. Ich bin grün, Jungs. Ihr müsst mich kurz entschleimen, bitte. Einfach anschießen. Danke, danke, danke. Ich gebe wieder Pump durch. Ich bin ja auch down. Ich bin komplett tot. Alter, wo müssen wir hin? Ich weiß halt nicht, wo wir hin müssen. Stiesel, komm, wir schaffen das. Nochmal drücken vielleicht. Du hast noch weniger. Ich habe es. Ich habe es geholt. Ich lege, shit. Ich habe es geschafft, oder? Ja, Mann. Easy. Warte. Oh, mein Gott. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann ist es doch Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fettne Mutter auf die Instagram-Messe. What?